Es geht weiter mit weiteren Drachen-Hilfe-Missionen, aber diesmal mit Tengus. Wir dürfen nicht zulassen, dass Yormak das Fasshaftgebiet der Winde eignet. Wir dürfen nicht zulassen, dass Yormak das Fasshaftgebiet der Winde eignet. Wir dürfen nicht zulassen, dass Yormak das Fasshaftgebiet der Winde eignet. Ganz merkwürdig, das ist super verwirrend. Wie gesagt, das habe ich schon mal in einem vorherigen Kapitel erzählt, wenn später eh das Addon, das nächste Addon draußen ist und alle Kapitel von der, ich glaube das wird die fünfte Episode, raus und dann redet sowieso keiner mit von Kapiteln, sondern nur noch von der Episode. Also wir sind hier im Charaktere-Auswahl-Screen, weil das ja sofort gleich weitergeht, wenn wir hier einloggen, deswegen würde ich auch alles schön mitnehmen. Ja, Tengus kommen jetzt, also nicht als Spiel bei Rasse, sondern als so NPCs, so als Drachenhilfe-Mission. Ansonsten, wir haben Drachenhilfe-Missionen und irgendwie noch was mit Braham, das war irgendwie so in die Vergangenheit, mit den Geistern, der Wildnis, bla und so weiter und so fort. Kennt man ja, vielleicht haben wir wieder so einen kleinen Story-Twist hier drin, das so ein bisschen diese, ich sag mal so, die Langweiligkeit ein bisschen auflockert. Ansonsten, ja, Drachenhilfe-Missionen, das kennt ihr ja, das ist genau dasselbe, was wir letztens auch hatten, also das ist nichts Neues. Aber wir wissen ja auch, dass ArenaNet die ganze Zeit eigentlich Bock hatte, an einem Add-On zu arbeiten und nicht an dieser Art lebendigen Welt, einer Eisbrot-Saga-Gedöns. Aber der Chef, der damals Chef war bei ArenaNet, der es jetzt nicht mehr ist, deswegen wird der jetzt auch in Add-On entwickelt, ähm, der hat halt eben Bock gehabt, dass, äh, die Eisbrot-Saga da zu machen und deswegen haben sie die ganze Zeit die Eisbrot-Saga gemacht, aber keiner wollte das, aber sie mussten das halt machen. Und jetzt, ähm, äh, wo neuer Chef da ist, äh, ja, äh, der hat da gesagt so, ja, macht ein Add-On und alle waren überrascht und, äh, sie machen jetzt ein Add-On und, äh, ja, vielleicht kommt es dieses Jahr raus, ich hoffe das ja mal sehr. Aber, äh, wenn schon die Entwickler von ArenaNet eigentlich keinen Bock auf die Eisbrot-Saga hatten, dann muss das schon was heißen. Ne? Ne? Würde ich nur mal so sagen. Also, es ist nicht offiziell, dass sie jetzt keinen Bock hatten darauf, aber, ähm, gab's, glaub ich, schon so, äh, irgendwo Informationen, dass irgendwie, dass die Entwickler gesagt haben, ähm, dass sie's eigentlich besser gefunden hätten, gleich ein Add-On zu entwickeln. Und jetzt, äh, macht die das ja, weil der neue Chef das, äh, so wollte. Ja. Ja. Schwälen wir uns jetzt quasi durch die letzten Teile von Eisbrot-Saga durch. Und ich müsste ja jetzt... Ruhe. Rast. Manche müssen... Rückkehr. Ne, kommt scheinbar nicht. Oder kommt scheinbar jetzt. Das war letztes Mal so, dass dann auf einmal plötzlich, ähm, plötzlich dann noch irgendwas gesprochen wurde, aber das kommt jetzt nicht. Deswegen dachte ich, fangen wir jetzt mal in... ...in der... ...Karaktausbahn. Okay. Hier haben wir... Ja. Das war mir richtig nice. So, jetzt, äh, hier haben wir wieder ein bisschen... Man kann nicht so viele Schätze haben. Die Windstecher. Gegenseitige Hilfe. Kommandeur, ich hatte euch nicht... Ich hatte nicht damit gerechnet, ähm, nicht mit euch. Ne, ich hatte nicht damit gerechnet. Da, so ist es richtig. Euch kontaktieren zu müssen, doch die Lage erfordert es. Wir versuchen beide, äh, der Drachenbedrohung zu widerstehen. Und, ne, uns zertrennlich. Daher brauchen wir Hilfe. Bitte, bitte begibt euch ins Auge des Nordens und gebt die... Nicht. Hilfe, die ihr entbehren könnt. Dai. Äh, ich glaube, Anzeigen brauchen wir nicht. Ne, ich glaube, das ist mein Auge des Nordens. Ja. Komma, das brauchen wir nicht. Äh, ja, ich glaube, das ist ein Tango. Und da bekommen wir jetzt diese Tango-Währung. Äh, also, ja, also die nächste Währung. Also, wir hatten in der Zwischenzeit zwischen der jetzigen Episode und der letzten Episode. Ich sag jetzt Episode, das ist falsch. Des jetzigen Kapitels und des vorherigen Kapitels. Das ist aber total verwirrend mit Episode und Kapitel. Ähm, hatten wir noch einmal die Erhabenen hier. Die uns, ähm, auch nochmal eine Währung gegeben haben, womit wir einen weiteren Pfad in dem Beherrschungspad-Gedönster freigeschaltet haben. Das, ähm, deswegen ist da jetzt bei mir noch einer am Laufen. Beziehungsweise irgendwie gar nicht. Der ist, glaube ich, sogar schon fertig. Ne? Mal gucken. Ja, genau, der ist sogar schon fertig. Also, den Infarkt, den gab es, äh, im letzten Kapitel nicht. Der ist zwischen dem jetzigen und dem vorherigen Kapitel freigeschaltet worden. Durch die Erhabenen, die da auf einmal plötzlich reingekommen sind. Nur so als kleiner Hinweis. Das ist noch so dazwischen passiert. Ja. Ja, dann haben wir hier noch, um kurz nochmal hier reinzugucken in den Shop, haben wir, äh, noch was Neues. Es gab, äh, in der Zwischenzeit auch einen neuen, äh, neuen Skin für die Himmelschuppe. Die so ein bisschen, jetzt lädt der Shop nicht. Das ist auch, äh, classic. Äh, äh, lol. Äh, lädt er jetzt gar nicht mehr, oder? Es hat er sich jetzt aufgehangen. Äh, jetzt lädt er. Ähm, äh, äh, neuen Skin für die Himmelschuppe. Äh, der so ein bisschen, ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Der ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, so ein bisschen furry-mäßig, ne? So ein bisschen, äh, sehr beharrt. Sieht zumindest so aus. Also, ist so ein bisschen, ja, da haben wir ihn auch nochmal so, da, 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 der, so, ne? Ist so ein bisschen, ne? Weiß ich auch nicht. Er ist zumindest nicht so schlimm, wie der, das, 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 der eine Greifenskin. Ja, also, kann man sich durchaus gönnen, wenn man Bock drauf hat, aber ist, ist, ich sag mal so, das ist jetzt nicht so der beste Himmelschuppe-Skin. Ja, wir haben jetzt auch hier schon mal einen, ähm, neuen Thron, also neuen Stuhl, den man sich holen kann, wer Bock hat, sagst du auch Gems. Ja. Äh, wir haben hier auch scheinbar ein Geschenk, irgendwas kostenloses ist verfügbar. Wollen wir mal gucken, was wir da so haben. Ah, wir haben hier so einen XP-Verstächer. Äh, braucht man ja jetzt. Ja, unbedingt. Ja, den gönnen wir uns einfach mal. Ja, also angekommen ist er. Nur, es lädt halt. Es ist, äh. Wird es auch nochmal aufzuladen? Ah, jetzt ist es einfach, ah ja, okay, also es ist zumindest eingekommen. Äh, so haben wir einen XP-Verstächer, den ich nicht so viele Schätze habe. Wollen wir mal einsetzen, sondern gleich mal, so, weil brauche ich eigentlich sowieso nicht. Irgendwie ist immer noch ein kardes Gegenstand verfügbar, äh, ganz, ganz komisch. Oder haben wir den Bug, dass das nicht weggeht? Ah, nee, wir haben auch noch ein Gegenstand zur Stärke. Ja, da kommen wir uns auch noch ab. Äh, sehen, was uns erwartet. Denke ich mal, ne? Ja, im Menü ist es auch wieder da. Ich glaube, letztes Mal hatte ich das, hatte ich das letzte Mal auch schon wieder da. Ne? Immer mal so ein bisschen, mal habe ich es wieder da, mal habe ich es dann doch nicht mit drin. Aber, ne, das ist immer so ein bisschen, ne, ist es wieder da. Alles schön. Wollen wir ja sehr schnell auf Mounts aufmauten. Au, Backe. Champion, was ist passiert? Es war entsetzlich. Ganze Dörfer unschuldiger Leute einfach gefroren von einer Sekunde zur nächsten. Für Jahrhunderte. Ich weiß nicht, was der Arkane Rat vorhatte. Aber was Jormark da tut, das ist widerwärtig. Und es funktioniert. Basierend auf den Energiewerten beider Drachen ändert sich das Kräftegleichgewicht eindeutig. Der Rat. Wir haben, was wir wollten. Jormark hat, was er wollte. Wir müssen dem ein Ende setzen. Vielleicht können wir den Überreder überreden. Jormark, könnten wir sprechen? Jederzeit, Großnichte. Ich habe euch doch gesagt, wie sehr ich unsere Gespräche genieße. Was ihr und Rieland tut. Das Einfrieren lebender Dinge. Es muss aufhören. Aufhören? Warum? Einmal, weil ihr verdorgene Magie benutzt. Ich muss euch wohl nicht sagen, wie gefährlich das ist. Ich bin schon einige Zeit lang ein Altdrache, meine Liebe. Was noch wichtiger ist, es ist falsch. Falsch. Ihr verdammt diese Sterblichen zu Jahrhunderten der Finsternis. Der Vorhörner. Wer weiß, zu welchem Leid. Ich gestehe, ich weiß es nicht. Darum geht es ja. Nach allem, was ihr wisst, leiden sie Schmerzen. Große Qualen. Ihr Leben wird geschützt. Wenn sie auftrauen, werden sie in genau dem Zustand sein, in dem sie eingefroren wurden. Körperlich vielleicht. Aber geistig? Emotional? Das wisst ihr nicht. Das ist euch egal. Das darf euch aber nicht egal sein. Meine Liebe, es ist mir nicht egal. Natürlich ist es mir nicht egal. Aber ihr habt mir ja keine Möglichkeit gelassen. Ich? Was? Ihr weigert euch, mir zu helfen, die existenzielle Bedrohung aufzuhalten, die mein Bruder darstellt. Leid, Schmerzen. Welche Wahl habe ich dann, außer zu versuchen, das Kräftegleichgewicht durch welche Mittel auch immer zu verschieben? Doch nicht. Euer Gleichgewicht, das mich an ein Tier kettet. Kein Gedanke. Keine Vernunft. Stellt euch meinen Geist vor, für alle Ewigkeit daran gebunden. Das Gleichgewicht wird gebraucht. Das Gleichgewicht wird uns alle umbringen. Deswegen brauche ich euch. Ihr kennt doch die Prophezeien. Nur Primordus kann mich töten. Ich werde es nicht riskieren, ihn direkt anzugreifen. Also wollt ihr, dass ich es tue? Und wenn ich nicht tue? Aureen, Großnichte. Ich wollte immer nur, dass wir Verbündete sind. Freunde. Das will ich noch immer. Aber ich bin nicht derjenige, der uns auf gegnerische Seiten stellt. Das war nicht sehr beruhigend. Nein. Taimi, versuch doch dem Arkanenrat ein bisschen Vernunft beizubringen. Vielleicht können wir wenigstens ein paar Spielsteine vom Brett nehmen. Warum habe ich das Gefühl, dass unser Leben gerade um einiges komplizierter geworden ist? Werden denn alle verrückt? Warum werden sie alle verrückt? Kommandeur, Jory hier. Man hat mich gerade benachrichtigt. Es gab einen Angriff auf das Silvari-Dorf Kartal. Das ist im Kaledonwald, stimmt's? War es die Eisbrot? Und die Frostlegion. Ich schicke eine Notdurchsage an alle, die in der Nähe dieses Gebiets sind. Wenn ihr helfen könnt, gebt einfach Bescheid. Welche Art von Bescheid hättet ihr denn gern? Kanach? Ist das Kanach? Es ist Kanach. Ich habe zufällig überhört, dass ihr bei Kartal Hilfe braucht. Euer Glück, dass ich ganz in der Nähe bin. Und was genau macht ihr dort? Nun, euch helfen, schätze ich. Ich brauche nicht zu lange, Kommandeur. Okay. Das war klar, dass wir dann sofort wieder eine neue Drachenhilfe-Missionen bekommen, die wir jetzt machen können. Wir werden die in der nächsten Folge starten, weil wir jetzt hier schon 15 Minuten aufnehmen und so eine Drachenhilfe-Missionen teilweise sogar schon eine komplette Folge beansprucht. Deswegen machen wir das jetzt nicht. Aber wie wir eben gerade ein bisschen erfahren haben, Joerl Mack ist so ein bisschen pissig geworden, weil die ganze Zeit Aureen ja immer so und das Gleichgewicht und bla und das Gleichgewicht und das Gleichgewicht und das fucking Gleichgewicht. Und dann rastet man vielleicht auch irgendwann aus, wenn man dann zu Aureen nicht durchdrängt. Weil die ja, da ist Joerl Mack ein bisschen pissig geworden. Zum ersten Mal ein bisschen geknurrt und so. Und ist ein bisschen lauter geworden. Lol. Okay. Zumindest, es klingt ja so ein bisschen, als hätte Joerl Mack jetzt diesmal ein bisschen, ja, sag ich mal, sinnvolleres Zeug gesprochen, wobei ich ihn immer noch nicht traue. Und, äh, muss man mal sehen, wie das sich dann entwickelt jetzt. Zumindest, äh, ist Aureen ein bisschen ratlos. Teilweise auch, wobei, also wir sofort jetzt eine Drachenhilfsmission machen müssen. Und, äh, alle anderen scheinbar auch. Man müsste mal sehen, was jetzt passiert. Ja. Also, mal sehen, wie es weitergeht. Erstmal schauen, wie er, äh, wie es in der Drachenhilfsmission jetzt abgeht. und, äh, Joerl Mack hat ja jetzt erklärt, warum, äh, er das gemacht hat mit den Einfrieren. Und trotzdem finden wir das ja nicht geil. Und es ist ja eigentlich auch nicht so wirklich geil. Deswegen werden wir uns natürlich jetzt auch wieder, äh, also wenn wir jetzt auch wieder versuchen, irgendwie, äh, das zu verhindern, oder so gut wie möglich zu verhindern, ähm, dass das alles, äh, nicht geschieht mit den Einfrieren, weil die Eisbrot ja wieder aktiv, äh, der ist und diesmal im Kaledonenwald. Und Kandach ist zurück. Ey, Kandach. Ja, ist schon mal was sehr Positives. Also, da würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. My, gibt noch zwei, die Eisbrot Saga Champions Kapitel 3. Gleichgewicht, heißt die Episode, äh, dieses Kapitel glaube ich, Gleichgewicht, das ist sein, ja. Da sehen wir uns dann wieder bei der nächsten Drachenhilfsmission. Auf rein. Tschüss. Äh. Äh.